Der ehemalige Radprofil Lance Armstrong hat in einem mit Spannung erwarteten TV-Interview ein umfangreiches Doping-Geständnis abgelegt. Nach jahrelangem Leugnen gab er zu, bei allen Tour de France-Titeln zwischen 1999 und 2005 unerlaubte Mittel wie EPO, Eigenblut oder Wachstumshormone genommen zu haben. Nach dramatischem Start das lang erwartete Interview. Ohne langes Gerede das Geständnis. Ja oder nein, haben Sie je verbotene, leistungssteigernde Substanzen genommen? Bei allen sieben Tour de France-Titeln haben Sie also gedoppt? Es sei selbstverständlich gewesen, wie Reifen aufpumpen und Wasserflaschen füllen, er habe aber nie andere unter Druck gesetzt zu dopen, so Armstrong. Ich bin nicht hier, um über die anderen meiner Generation zu sprechen. Das ist alles dokumentiert. Ich habe diese Kultur nicht erfunden, aber auch nicht gestoppt. Das ist mein Fehler. Der Sport zahlt jetzt den Preis dafür. Und das tut mir leid. Korruption im Radsport-Weltverband bestreitet Armstrong. Die Funktionäre hätten nicht gegen Geld dabei geholfen, eine positive Dopingprobe zu vertuschen. Ich habe ihnen Geld gespendet, ja, aber nicht dafür. Ich bin wirklich kein Fan des Weltverbandes. Ich würde sie sogar gerne als Gauner enttarnen. Es gab viele dubiose Vorgänge, aber dieser war es nicht. Im ersten Teil des Gesprächs war Armstrong bemüht, keinen Namen anderer Schuldiger zu nennen. Vielleicht kommt im zweiten Teil mehr über das System Doping im Radsport zur Sprache. Aus Köln ist ARD-Doping-Experte Hajo Seppel zugeschaltet. Jahrelang hat Lance Armstrong gelogen. Nun, nach langer Zeit, hat er doch zugegeben, gedopt zu haben. Wie überraschend war das für Sie? Das war für mich überhaupt nicht überraschend. Das war zu erwarten, denn das haben ja die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass im Hochleistungssport, insbesondere im Profiradsport, in jeder Zeit massiv manipuliert, getrickst, betrogen worden ist. Und eigentlich war es nur die Bestätigung dessen, was die Insider, davon gibt es genug in der Szene, in den letzten Jahren, die sich auch geoutet haben, längst gewusst haben. Insofern keine Überraschung. In dem Interview spricht Armstrong wörtlich von einem Cocktail, der nur aus ein bisschen Epu, Bluttransfusionen und Testosteronbestand. Was sagt das über den Menschen Lance Armstrong aus? Das heißt, dass er auf der einen Seite den reuigen Sünder markierte, auf der anderen Seite aber offensichtlich immer noch in einer Art Verteidigungshaltung ist und eigentlich ihre Auskunft über ein System gibt, in dem offensichtlich der Betrug ein systemimmananter Bestandteil gewesen ist. Und das über Jahre hinweg. Und er hat ja auch gesagt, dass er eigentlich nur Waffengleichheit hergestellt habe, weil er eigentlich alle betrogen hätten. Also insofern müssen wir davon ausgehen, dass wir über Jahre hinweg quasi betrogen worden sind, wir als Zuschauer und als Rezipienten überhaupt. Die angebliche Vertuschung positiver Doping-Tests mithilfe des Weltverbandes OCI hat Armstrong abgestritten. Sind die Funktionäre damit aus dem Schneider oder kann da doch noch was kommen? Ich schließe mich den Kommentierungen, die man jetzt lesen konnte, nach dem Interview heute Nacht im amerikanischen Fernsehen nicht an. Ich glaube, dass da noch mehr kommen müsste eigentlich. Denn Armstrong hat ja auf der einen Seite zwar gesagt, die OCI, also der Weltratsportverband, ihn treffe keine Schuld. Auf der anderen Seite hat er aber auch von einer Spende gesprochen. Und zwar einer Spende, die der Weltratsportverband erbeten habe von ihm. Und er habe dann auch gezahlt. Man spricht von geschätzten 125.000 Dollar, wenn nicht noch mehr. Und das fand in einem zeitlichen Kontext statt mit einer verdächtigen oder sogar positiven Probe aus dem Jahre 2001 von der Tour de Suisse. Und ehrlich gesagt habe ich das noch nie gehört, dass ein Verband einen Athleten um eine Spende bittet. Hier liegt natürlich durchaus nach wie vor der Verdacht nahe, dass ich Armstrong quasi freigekauft habe, damit diese Probe nicht öffentlich wird. Hier muss auf jeden Fall noch aufgeklärt werden.